Irgendwohin, keine Ahnung. Ich hab drei Zahnen mitgetötet, ein Skelett, dann bin ich toll. Jetzt kann ich Gehirne essen. Ja, hoffentlich nicht meins. Ich find die, das Verrotte vielleicht übel aus wie Gehirne mit dem Text-Defeck. Ja, in BD-Craft ist es auf jeden Fall ein Gehirn, also... Ja, ich hab das jetzt, ja. Wo bist du, du Omo? Wo bist du hingelaufen? Hey, keine Ahnung. Alter, oben ist ein Schweine auf dem Baum. Was will ich haben? Aber komm nicht hin. Können Schweine fliegen? So, jetzt gib mir einfach mal... Und, es wurde gekickt. Ja, ja, schön. Ich wollte gerade fragen, gib mir mal deine schönen Koordinaten, ja? Ja, ich logge mich ein. Alter, es ist die Musik gerade von Minecraft laut. Aber es ist nice, die ganze Musik. Und... Ich nervte es gerade ein bisschen, weil ich dich da nicht mehr höre. Ich bin bei minus 170... Alter, 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 warte mal, ich mach mal den Musiker ein bisschen leiser. So. Minus... Und X, minus 170, Z, 220. Okay, minus 170, 220. Wie weit bist du dahinter gelaufen, Alter? Auch nicht weit. Wenn du bei minus 170 bist. Wie weit bist du gelaufen? Vermutlich bist du irgendwie durch die halbe Nette gemacht. Ich, ich hab dich gefunden. Deine schöne... Also, es kann sein, dass ich gerade nicht da bin, weil es mir leckt, aber... Ja, ja. Aber doch, jetzt, jetzt geht's, jetzt. Aber du... Mir ist am Anfang mal so, dass das ganze Tag nichts passiert und dann plötzlich passiert alles ganz schnell und dann, ja. Ja. Dann bin ich auf einmal tot. Was hast du denn hier gebaut? Was soll das, hä? Das ist, äh, moderne Kunst. Ah, okay. So. Soll das Architekt werden. Ja, ich... Ja, ja, immer. Das war mein größter Traum. Schon als kleines Kind... Schon als Welpe. Weil mit Legosteinen... Futuristische Häuser gebaut. Ja, nice. Ich hab irgendwie eineinhalb Herzen nicht, Dad. Ich hab... Mach uns mal Holzkohle. Damit wir zumindest irgendwie... Äh, Packeln machen können. Mach das. Ich hab eine Holzkohle. Yay. Was zur Hölle war das eben ein Leck? Und ich hatte vier Fleisch anstatt drei. Ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Ähm... Sollen wir das jetzt machen mit einer Party oder noch nicht? Äh, lass mal lieber. Mir läckts gerade so schon genug rum. Und... Äh... Okay. Ja, ich werde mal versuchen, dann dem Server noch ein bisschen mehr RAM zu geben. Mach das mal. Du kannst im Start ein Gigabyte, ein zwei Gigabyte Zimmer... Ich weiß, ich weiß gar nicht, ob das so viel mein alter Laptop hat. Aha, nein, Quatsch. Dann probier's mit 1,5 oder... Ja, ja, ich werd das Maximal rausholen. Aber nicht jetzt. Da ist ein viel gebratet Fleisch drin. Ja, ich bin gerade dicht. Also voll... Gut. Äh, dicht. Äh, egal. Ich hab, ich hab Fackeln. Ich hab, äh, 14 Fackeln. Schön. Willst du welche haben? Ich werde dir welche hinnehmen. Dankeschön. Nee. Wann, das war nicht zu viel. Oh, mein Gott. Ich, ich, ich baue mal ein bisschen ab und gucke, ob ich irgendwas finde. Ja, ich helfe dir mal kurz. Oh mein Gott. Achievement. Time to mine. Hallo, ich hab den Spitzer gehören. Warum hast du das schon und ich noch nicht? Achievements. Ah, ich hab schon erreicht. Achievements. Ja. Oder fast alle zumindest. Ja, schön. Alter, das ist eh so... Diese Erschiffen sind eh so unnötig. Hm. Vor allem die resetten sich so oft irgendwie. Beim Ablass ist es viel halt so. Du kannst ja auch, äh, oft nur mit Mods oder sowas spielstern. Ja, nervenlos drum. Hm. Zudem kann man die auch in der .minecraft-Datei löschen. Ja, stimmt. Ja, egal. Soll uns nicht stören. Wie lang wollen wir jetzt hier eigentlich rummachen? Also, was ist unser Ziel? Wann sagen wir, okay, jetzt geht's... Unser Ziel ist, wir holen uns ein bisschen Eisen, dass wir uns Rüstung machen können und, äh, schauen, dass wir ein bisschen Essen haben, dass wir nicht gleich verhungern. Also, was ich so gesehen hab, der Aether, also Aether, wie auch immer er es ausspricht, ist ja nicht grad friedlich, oder? Nein, der ist böse. Vor allem bei Nacht. Okay. Und, ähm, das ist jetzt die Alpha-Version, das heißt, es gibt noch nicht so viele Gegner. Also, es gibt ja Minibosse ganz viele. Ja. Und Dungeons, die man reingehen kann. Und, ähm... Ah, es ist hart geworden, geil. Schön. Ähm. Ähm. Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Ach, ja, genau, die sind eigentlich relativ heftig, die Minibosse und... Muss man sich schön wappnen. Und ich glaub, man kann, glaub ich, irgendwie nur jeden... Warte, man kann ja nur dreimal es was probieren. Deswegen, es soll man auch sehr gut ausgewöhnlich da erst hingehen. Ja, übrigens, ich hab Kohle gefunden, ne, also... Ja, ich hab Eisen gefunden, ich bin viel toller als du. Pfe, du demütig dich voll. Schön für dich. Schön für dich. Komm, kauf dir Eis. Ne? Okay. Nachs Parkes-Ips-Lure haben wir 22.34, ich meinst, da gibt's irgendeinen Laden, der noch Eis hat? Ah, Tankwehr hat immer offen. Ja, hast recht. Aber die ist... Na gut, die ist gar nicht mal so weit weg. Ich wollte mir sowieso noch Payside-Card kaufen gehen. Für was? Hm. Ähm, wie heißt das Spiel? Don't, don't... Starve. Starve, genau. Das hab ich mir überlegt, den ich jetzt kaufen soll. Das kostet. Ich hab Schafe gefunden. Schön, dann hol mal... Mach erst mal eine Schere. Mach erst mal, dass ich wolle. Ja, mach erst mal... Ja, genau, ich geh mir kurz, ich hab hier einen Ofen und was dran. Da ist die Spinne, da ist die Spinne, die ist böse Töse, stirb, 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 stirb. Ähm, mach mal eine Kiste und leg da ein bisschen Zeug rein. Mach das. Damit du auch ein bisschen, äh, dass ich jetzt hier nicht alles mitnehme. Ich leg hier mal sechs Eisen rein und sechs Steaks und 16 Holz. Mach das. Man müsste echt irgendwie mal so Tech It Light mit Aether irgendwie kombinieren. Das wär ja auch nice. Ich hab Tech It Light noch nie gespielt. Aber Tech It Light ist richtig geil. Ne, das ist wirklich... nice. Das ist das, dass man einfach irgendwie... Ich wollt mir ne... Ach doch, ich kann's ja so... Hast du dir meine Videos nicht angeguckt? Äh, ich fand sie so schlecht, ich hab sie alle geditliked. Nein, ähm, ich hab sie teilweise angeguckt, aber... Oh, cool. Ich hab sie scharf geschert und das hat irgendwie... Ne halbe Sekunde später wieder Wolle drauf gehabt. Hast du jetzt zweimal Wolle bekommen? Ja. Nice. Ich hab nochmal Eisen. Alter, ich hab ne ganze Schlucht, gell? Ich hab da unten, äh, Lava... Mach mal, mach mal. Mach mal was. Das tue ich nicht nur erzählen und so. Die Zuschauer, der halt... Nein, du musst schon hier ein bisschen... Ach so. Ach so, ich muss mich bewegen. Ah, Gott. Ich glaub mein Spiel, äh, ich muss kurz disconnecten. Multiplayer. Eigentlich wollte ich dich fragen, ob du dann ein schönes, äh, Thumbnail-Fil dieses... Dingens hier entwerfen kannst, aber wenn du jetzt keinen Photoshop mehr hast. Ich... ich hab ja Photoshop. Ja, aber mit deinen ganzen Vorlagen. Ich weiß nicht, ob du davon irgendwas brauchst. Die Vorlagen brauch ich nicht. Die werden ja bloß interessant, wenn ich das mit dem Logo oder sowas weitermachen will. Ja, ein neues Logo kommt auch bald, Leute. Und neues Banner und, äh... Monster Hunter. Was? Was? Ja, ich hab Aschschilden bekommen, Monster Hunter. So. Jetzt nicht so. Was? Was? Und wir reden über irgendwelche Bilder, aber kommt eh plötzlich wie Monster Hunter. Ah, jetzt stirbt doch, du hässliche. Alter, wie viel steckst du ein, so jetzt? Ich hab Krübe so gefunden. Schön. Ich kann gerade wieder mal nichts machen, weil mein... Alter, hat er eben irgendwie drei Pfeile pro Sekunde abgeschossen? So kommst du mir auf jeden Fall vor. Ist das echt? Ja, es ist... Je näher du an Skelette rankommst, desto mehr schießen sie. Oha. Achso, desto schneller schießen sie. Ja. Okay, ich sollte mir mal wieder ein Schwertchen machen. Wie komm ich denn hier wieder raus? Hilfe! Ich bin nur zwei Sekunden hier drin und schon komm ich nicht mehr raus. Warte, nee. Von hinten kam ich ja. So. Geht doch, da geht's raus. Das ist das Tolle an diesem Haushalt hier bei mir. Es gibt keinen Computer, der keinen Photoshop hat. Ja, schön. Hier gibt's gar keinen Computer, der einen Photoshop hat. Ich bin nur so immer nur Gimp. Das reicht mir. Fotos, ja. Photoshop ist viel toller. Ja, und es kostet auch ein bisschen mehr. Ja, irgendwie... wesentlich mehr nach dem... Gimp, kostenlos. Ja. Aber naja, bis jetzt hat sich noch keiner... Das ungefähr 1000 Euro war es, glaube ich, Photoshop. Das ist... Zum Normalpreis. Das ist mir echt zu much. Ja, so ein bisschen. Ja, bis jetzt hat sich noch keiner beschwert, dass mir der Thumbnails zu scheiße aussehen, ja? Ja. Traut sich auch keiner. Also ich find's ja alles scheiße. Nein, nicht ich. Das Problem ist, ich bin da ein bisschen unkreativ. Ja, das ist bei mir überhaupt, ey. Manchmal denke ich so, ey Junge, du nimmst jetzt einfach irgendein Wallpaper, was du gegoogelt findest, klatscht da irgendwie eine Nummer hin. Das Gefühl habe ich aber so oft bei dir, wenn ich die Wallpaper sehe. Ja, okay. Das Bild habe ich schon mal irgendwo gesehen. Ja, was willst du da auch groß machen? Ja, bis gleich. Sag ich... Man könnte das noch ein bisschen... Ja, dann kannst du ja deine kreative Alar mal ein bisschen ausprägen, aber... Ja, mach ich mal. Irgendwann. Irgendwann. Ja, ich hab eine Nachricht auf Steam bekommen. Schön. Mal wieder irgendeine scheiß Gruppe, die irgendein Event gestartet hat. Hör auf damit. Auf wie viele Gruppen bist du bitte? Ich bin irgendwie vielleicht in zwei, drei Stück. Ich bin glaub ich jetzt ungefähr 20. Oha. Ich bin in so vielen Counter-Strike Gruppen drin. Ja. Das ist der Vorteil, wenn man keinen Counter-Strike hat. Tja. Naja, vielleicht auch nicht wirklich. Alter. Counter-Strike ist cool, Counter-Strike ist der geilste. What? Oh, oh, oh. Ich stand hier grad so an der Ecke. Kommt ein scheiß Skelett von... Der tötet mich nicht gleich. Ich hab noch drei Herzen. Ich hab noch zwei Herzen. Stipp, 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 stipp. Oh, ja. Hä? Das nennt man Pro-Star. Ich hab noch ein Herz gehabt. Oh, jetzt kommt die Creeper. Fuck! Ach, wie cool. Verpiss ich. Wenn du korte sie jetzt nicht zu mir her, ich sag's dir, das machst du nicht. Dann halt nicht. Nein, das ist... das scheiß. Das geht grad sowieso nicht, weil ich mal wieder irgendwie... Ähm... T... Wieso hast du... Ich dachte, du hast den Spawn umgelegt. Ich hab den Spawn auf das Ding gesetzt, eigentlich. Nee, irgendwie nicht. Das packt aber auch drum. Also, naja. Ich kann doch nicht mal tieflisch Spawn eingeben. Ich glaube, ich muss mal Disconnecten, darf neu connecten. Ich kann jetzt aber nicht connecten. Also, neu connecten. Ja, scheiße. So. Sag mir nochmal... Warte mal, ich schreib mir mal irgendwie Kandidaten an Auffall. Äh... Minus 170. Ja, das hab ich mir auch gemerkt. 220. Warte mal, ich hab den Fluss hier schon wieder gesehen, glaub ich. Oder ne? Genau, dahinter. Genau. Ich weiß wieder. Hier war ich vorhin. Genau. Hier ist meine schöne Crafting Table. Fände voll gut zusammen. Gott. Diese Menschen, die sich wegen irgendwas immer toll fühlen. Das ist echt schlimm. Entschuldigung. Spiel alleine. Irgendwas muss man ja sagen. Ähm... Yeah, meine Schärfe fangen an sich wieder zu bewegen. Das kannst du nicht scheren. Aber das soll irgendwie kein stolzer Mann sein, ne? Der irgendwas scheiße labert. Ich kann ja ganz oft... Von mir ist es oft so, dass es halt irgendwie... Ähm... Nimm jetzt... Ein bis zwei Minuten gar nix geht. Weil es halt hängt. Tja. Weil du unfähig bist, einen gescheiten Server zu erstellen. Kauf halt einen. Ja, das hab ich gemacht. So. Und es war der größte Fehler meines Lebens. Oha. Der hat... Weißt du, ich seh dir mal vor. Für den Server hätte ich zur... Hätte ich einen, äh... Für dasselbe Geld und für dieselbe Zeit. Also hätte ich... Ich hab den Server ungefähr ein Jahr laufen lassen. Ich... Wirklich? Ein Jahr? Für... Auf... Ein zwanzig... Nee, nicht ganz... Aber doch, es war... Könnte ich ein... Nee, es war nicht ein Jahr. Es war ein halbes Jahr. Das war nur ein Monat. Aber... Für die... Für das Geld könnte ich ein Jahr lang einen Teamspeak-Server für 280 Leute posten. Also... Boah, da kommt schon wieder ein Scheiß-Creeper. Also... Für 280 Leute. Nice. Und dafür hab ich irgendwie... einen Minecraft-Server für 20 Leute, auf denen nie jemand gespielt hat. So, ich hab jetzt... Ja, jetzt könnten wir... So, ich hab jetzt... Jetzt könnten wir ganz gut mal wieder... Scheiß, ich sterbe hier gleich wieder. Fuck... Also ich... Ich werde hier langsam untergraben, weil... Weil ich sammle immer meine Sachen an. Dann kommt wieder ein Schieb. Der... Pustet mich dann noch tiefer. Oh... Das ist doch voll für'n Arsch. So, ich... Oh... Ich mag nicht meine ganzen Sachen. Wahrscheinlich sind die jetzt alle... Bäh. Bäh. Ja. So wird's sein. Ich scheiß drauf, ich lass das jetzt hier so ausgewollt. Ich mag dieses neue Item-Dings von Minecraft. Item-Dings? Dass man das so... So die Sachen mit Rechtsdick so ziehen kann und mit Doppelklick stapeln kann und so. Wie meinst du? Naja, wenn du irgendwie ein Item... Wenn du ein Item in der Hand hast und einen Rechtsdick machst, dann kannst du das ja so... So aufziehen. So... Also das ist so... Ach... Egal... Äh... Item in der Hand aufziehen. Mh... Vergiss es, aber... Du kannst mehr Sachen im Moment machen, das find ich gut. Ja. Man kann sie so zum Beispiel... Und äh... Ja... Das... Ich glaube, wir wollen aufs selbe hinaus. Ja, ich hab zwar nichts gesagt, aber ja, wir wollen aufs selbe hinaus. Ich glaube es, ja. Oh, ich hab sogar Kartoffeln gefunden. Bam, Alter. Toll. Wir werden überleben, wir haben eine Kartoffel. Ja, dann pflanzt mir die doch an. Ja, ne, keine Lust. Ne, du isst jetzt auch und... Ich werd überleben. Du nicht. Alter Scheiß. Lava sehe. Ich hab noch mehr Stakes. Also immer wenn ich jetzt Lava denke... Äh... Lava denke. Lava sehe... Denke ich, komm lass Geothermel... äh... Generator machen, aber das ist leider Techit. Hmhm. Kann man aus... Lava Energie gewinnen. Ja. Ja. Für wen? Für die Unbegabten, ja. Bloß weil das noch nie gespielt hat. Krasse dich. Nein, also wenn die langweilig ist, dann äh... Latschen runter. Vielleicht. Oder auch nicht. Oha. Jetzt sei doch nicht so gemein. Ist egal. Ähm. Scheiß Wasserquelle. So. Woah. Woah woah. Wie viele Scheißmonster sind eigentlich hier? Hä? Hä? Was willst du Scheißmonster? Ein sehr aggressiver Zocker. Wer ich? Willst du mal bitte hochkommen? Ich will ins Bett gehen. Jetzt schon? Okay. Bis Nacht. Bis Klafen. Tschüss. Tschüss tschüss. Paul muss ins Bett. Ja, ich muss ins Bett gehen. Nein, kannst du trotzdem mal bitte hoch. Ich will... Hast du zwei Betten? Hä? Was? Hast du zwei Betten? Ja, ich hab genug Betten. Alter, wenn ich... Bis ich da oben bin, ist wieder Tag, sag ich dir. Okay, warte. Ich komm mal. Es ist ein Acht-Minuten-Ding. Ich glaub Tag nach ist Acht-Minuten. Äh. Ja, warte. Ich muss erst mal gucken, wie ich wieder hochkomme. So, da lang. Alter, wir haben...